Und der Startbücherklasse Mitchitz ist freigegeben. Und der Startbücherklasse 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 ist freigegeben. Der Vorhinter als erster Ende musste sich doch allerdings zu meiner Seite zurücksetzen lassen. Und daher ein paar Zweifelkampf aus dem Aufsatz. Dadurch wird Höfer also nur auf Platz 2 gewährtes Voll. Zweikampf jetzt in den 4. Stegelhöfer. Ja, in dieser Kurve geht Höfer ein wenig zu rüber in die Grenze. Aber auf der Seite geht gerade in der Eingang der Kurve. So, Fahrerleib hat einen letzten, der sehr, sehr lange steht, sodass er dann immer breitsteigend herangehen kann. Allerdings zu überholen, alles ist der nicht gar nicht. Allerdings ist hier auch vollständig der Stegelhöfer. Für Höfer führt mit 308. Stegelhöfer. Leber, Träger, 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 Träger. Und das ist eigentlich schon die sichere Meisterschaft für den Amt und den Weltmeister. Also auch den deutschen Meister. Für Leute. Das werden jetzt gelaufen. Scherz.